Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas Ich bin euer Justin und ich wünsche euer wunderschönen Dienstag Nachmittag Ja genau! Zwei Parts an einem Tag, Hurra! Ja, wie sieht es aus? San Andreas, so schnell wie hier ist es fertig. Ich weiß nicht, wie viele Parts heute noch von San Andreas war, aber X-Comp wird heute auch gar keinen Fall kommen, weil das Shovey-Bellas geht ja nicht mehr. Von daher, heute und vielleicht Freitag auch, nur geht ihr jetzt mal an den Kerst, warte, dann Tons auch voll. Das dauert noch ein paar, ich hab ein bisschen durchgefunden, aber ich möchte das unbedingt fertig haben. Was ist das? Genau. Nein. Karl! Ich hoffe, dass wir dich nicht erwartet haben, Holmes. Nein, ich war nur chillig. Ich glaube, du warst. Das ist das Dossier? Hand es an. Alles cool jetzt? Ich weiß nicht, Karl. Eddie? Ah, unser Junge hat gut gemacht. Nein! Du schnitz, du schnitzelst! Du schnitzelst! Du schnitzelst! Du schnitzelst! Du schnitzelst! Du schnitzelst! Time für dich, Karl. Du schnitzelst! Du schnitzelst! Wo gehst du? Du schnitzelst und schnitzelst! Du hast ein Problem mit dem? Nein, Frank, relax. Du schnitzelst! Gut. Ich sehe dich wieder in der Prozicht. Und ich sehe dich in der nächsten Leben, Karl. Na ja. Frank Tenpenny. Man merkt langsam, wie er... Na ja. Doch leicht nervös wird, wie die Situation ist. Okay. Das ist gut. Das ist tief genug für zwei. Eddie Tenpenny. Er nutzt dich nur. Er nutzt uns alle. Du bist der nächste, der sich zu schnitzelst, Mann. Schau dich mal, scum! Und es ist Officer Pulaski für dich! Fuckin' Gott! Ich stehe irgendwo drüber. Wollte ich in der Prozicht hoch? Nein. Leider nein. Musik Zähne, du bist der nächste Zeit. Auf der selbst etwas. Die Alas kann es weg. Auf der selbst. Was sei denn so heiß geworden? Ey, Eddie, You know Tenpenny gon' rub you out, too. Karl, you got it all wrong, pal. Tenpenny was the one saving your ass. Was ist das? Oh mein Gott, das ist ja nicht. Everytime I wanted to get rid of you, we'd find some excuse to keep you alive. Well, now it's up to me, and I ain't such a fucking soft touch. Oh, homie! Shit. So, how's your sister? I always had a thing for her. Okay, now it's up to me, my sister. Good to see you, I had the heck, I had the heck. I don't know if I was a bitch. Screw you, Pulaski! I know what you're trying to do! You idiot! You ain't gonna crawl inside my head! I ain't kidding. It's the best steak out I ever done. Carl, you should've seen your mom before she was buried. She was a real mess. Must have her face was hanging off. Don't fucking talk about my mom. And the boys you know, they pulled around with her and she's fucking her and jumping around and shit. Fuck you, Pulaski! Fuck you! Hahaha! Oh, how's it? Slow down, slow down! Oh. What the fuck? You're alright? Fuck you! Cook you! Fuck you! Fuck you, he must go away. ja Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben ja programmiert, weil ich nicht erwartet habe, dass wir da stehen bleiben. Das ist der Degel, das ist hart. Was ist das? 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 Warum schießt er auf mich? Hat er mich geschossen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Unbedingt. Ja. Ja. Sobald zu sein, dass du in einem Schraub in dem Dessert in Rosenberg weißt? Ich bin überrascht, dass du dich erinnerst. Schau. Ich habe dich nicht vergessen, Mann. Häng da rein. Es ist leicht für dich zu sagen. Dieser Salvatore-Guy könnte mich auf jeden Fall schrauben. Was ist das? Was ist das? Ja, ich bin überrascht. Ja, ich bin überrascht. Was ist das? er hat mich übergefahren so wie ich er hat mich überfahren so wie ich bin hallo warum darf ich hier nicht klacken nein warum darf ich hier nicht klacken nein warum darf ich da nicht hin das ist scheiße ich würde kotzen oder war hier einfach da lang welche ich da speichere ich da ich will gar nicht äh äh gott was zurück ich will gar nicht abspeichern gibt es hier in der nähe noch irgendwas nein nein da kann ich speichern mit dir aber nicht nein 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 warum gibt es hier in der nähe so wenig fressalien stellen jetzt kriege ich auch wieder auf den naa das sagt ich lasse mich nicht rein weil ich eigentlich schon tot sein müsste das ist einfach nur ein Bug vom Spiel ist das ist einfach nur ein Bug vom Spiel ist ich will doch nur ein vernünftiges Vehikel haben ich will doch nur ein vernünftiges Vehikel haben dabei möglichst nicht währenddessen sterben und das ist das ok das ist Folgendes okay ich will doch ich will doch ich will doch und mich Jetzt mit dem Motorrad ein bisschen Scheiße fahren. Kein Spiel ist jetzt zu sehr gut geschafft. Das ist das eine Scheiße. Die Hände müssen schon eine Masse. Die Hände müssen schon eine Masse. Die Hände müssen schon eine Masse. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das muss doch nur Robert sein. Was sei, das ist schon der LASF, das ist ja schon. Das ist doch kein RASF. Der LASF ist ja schon. Das ist ja auch kein Stellwerk. Einfach mal schön auf zwei Plätzen stehen. wunderbar reichler gebilder auf hat auch wie geil ist das wacke die fahrt wäscher oder wacke die fahrer das ist ja diesen tag in julia der rote und immer noch woher aber egal die kümmerung aus wie die herr Eheh, Herrgott! Wie doch einig! Kann ich nicht. Jawoll, ja. Ich glaube, sie sind sogar die letzte Gelegenheit. Das sind die Gelegenheit, aber nicht. Das? Das? Das ist wieder da. Ich glaube sogar noch so 20 Missionen ungefähr, schätze ich. Wenn ich mich an alle Missionen erinnere. Die Musik ist zu gut, aber ich darf nicht mitsingen. Genau das ist das. Ich glaube, das ist das Wettbewerb. Ich kann das Wettbewerb. Ich kann das Wettbewerb mit jemandem. Hey! Du bist das Wettbewerb auf diese Seite. Kann ich jetzt weg? Was? Oh, du wettbewerb! Right in der wettbewerb! Vielleicht wird du dein kleines Antisocial-Kundition. Karl! Mein Mann! Mr. Leone? Sieht sich das Wettbewerb auf das Wettbewerb. Du hast einen richtigen Bewerb auf diese Ferelli-Losers. Jetzt ist es Zeit, die Ferelli-Losers herauszufinden, was es bedeutet, für Salvatore Leone. Wie würdest du auf den St. Marks-Bistro? Ein Hittin-Liberty-City? Cool. Aber ich brauche etwas Bewerb. Take who you want! Ich benutze diese beiden. Hey, hey! Remember all those jobs we did together? Huh? Huh? You and me, Karl, remember? Huh? You know you used to call me Killer Ken? Ken the Killer? Killer? Ice-Cold Ken. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Und ihn auch, ich glaube. Alright, ihr müsst ihr raus aus Los Venturas, fast. Ich werde in touch. Was ist mit deinem Bewerb? Will ihr alles gut ohne uns? Of course ihr will, ihr fucking moron! Komm schon! Jan! Ja. Die Verbesserung des Hauses. So wie's. So wie es ich früher. So ein Moment. Nein, nein, nein! Agh! Aaaaach! Scheiße. Ich hab nur einen Killingeis, aber ich bin mein iPhone-Maschgeruch. Das ist gut. Das ist egal. Oh, das ist so ein Schuss. Aha. Easy, buddy! Jetzt ist schon der Runde der Rollbar. Scheiße, meine Füße. Warum an dem Ende? das ein bisschen die Sonnenblumen Der Wett ist wirklich sehr gut. Der Wett ist ja nicht so richtig. Wie sieht man wieder denn? Jetzt kommen wir wieder her. Und... 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 Oh, jetzt ist hier viel selten. Und... Ach, das ist doch... Nein, in der haben wir nicht immer weiter von... sein scheiße Keine Verkehrbereich Oh Gott, ist hier irgendwo... Ah, geht doch... Oh, Winter? Marcos Bistro E-todio-export Oh Gott Immer diese Mafia Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh! Oh! Oh Gott Andiamo subito Oh Gott Äh, gibt's hier irgendwie... Lebensregeneration oder so? Scheiße, aber die kann ich jetzt extrem gut brauchen Oh Gott Oh nein! Nein! Neinاa Aaaaah Okay Schon wieder gestorben Geil ne? Wissen wir ja... Optimierung.. ...Wo das ungefähr ist Oh noööö,üne kein Motorrad hier Wissen wir ein Kackwagen nehmen E nell angle Ooooooh! Oh Gott, schau das nicht! Hoppa! Warte, für das Radio hab ich ja auch, weil... ...ähh...ja ...we haben es leider nicht auf ein Radio, sondern auf die Schienen... ...was hätte ich es gerne noch machen, aber... ...weil nicht. wenn das Spiel ist ein schwerer und ich habe mich verdammt doof angestellt was gegen den mit dem roten Pfeil im Kopf ja komm No ID requires friend I didn't tell you this right Take it, hold it, love it Wise choice sir, wise choice Have fun Hope you dig some ass The choice of the professional I'm not sure I'm not sure I'm not sure There are cultists everywhere friend I'm not sure We'll get it, we'll get it My auto is still there Wunder, the pärche I'm not sure Ich hab' den Schuss gemacht. Hatte Spaß, ne? Ich hab' den Schuss gemacht. Ich hab' den Schuss gemacht. Ich hab' den Schuss gemacht. Und noch einen Jatscheiß. Oh das ist wirklich cool! Das ist irre zu früh! Wir sind sehr zu früh! Es ist noch zu früh! Nee! Es war ja zu früh! Oder zu früh! Oh! Nee! Wir müssen die fucking Fahrt wieder überspringen! Oder den? Aua! Ich bin mir ja schon zu was angemeldet bis in Liberty City behalten. Daher... Ich mag jetzt nicht, wenn die Polizisten alles auf mich schützen und die machen mir Angst! Mama! So, das machen wir jetzt fertig und dann äh... Ja, ich muss auch schon wieder die Part beenden, weil er vorbei ist. Äh... Okay, die Trim-Secrets auch fertig. Toi, dann noch ein Fahrzeug. Komm, ich muss mal einsteigen. Ich werde dich töten! Ich werde dich töten! Mann, hier kann ich... Da kann ich mich überspringen. Ich kann mich gleich die Flüge überspringen. Wie wäre es, wenn die Flüge... ...werre Career zu tun, aus. Henker da! Da stimmt das, äh... Eeeh... Y-itte sind die doch schon ein Stücke nettος für die Idee finds da raus%. Noch schon wieder! 晚上 Mann, warum Peninsula Stoffпон. Oh neee! maaa Neee... Kann nicht... will nicht. kann ich will nix Die müssen wir dann wieder durch. Vielleicht kann ich euch mal so erzählen. Ich bin ein bisschen bewerben, oder? Ich erzähle... Ihr findet euch jeden... Na... Ich weiß nicht. Ne, mit ihm aber nicht. Ey! Die müssen wir nicht so sehen. Ich bin gar nicht. Wir sprechen nicht mehr. Immer noch! Der steigt immer noch! Obwohl ich die Turbinen aus hab. Verdammt nochmal. Runter mit der hier. Verdammt nochmal. Runter. Runter. Und... Und... Man kann sich nicht auf dem... Auf dem gleichen Level halten. Und... Ich schaue... Dann... Ein... Kommt an. Ich hab's perfekt getroffen. Kann ich das auch überspringen? Ja. Kann ich. Private Funktion. Dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab schon das Elfstrich wieder drin. Ich hab noch was. Ja, das ist gut. ich glaub ich war noch nie hier unten nirg'n seltsamer Bug vielleicht draußen in Liberty City die alle nix können also jetzt Finger zurück nein, nicht so heiß und nirg'n nicht Da ist die Festland! Festland! Wuuuui! Da ist die Festland! Festland! Wuuuui! Da ist die Festland! Da ist die Festland! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mr. Leone Everybody's talking about the job you did on that same Mark's Bistro Thank you, Mr. Leone And you, uh, you took care of those three loose ends? Yeah, those poor saps ran into a little trouble along the way You won't be hearing from Mr. Rosenberg again Good boy, good boy Now listen, you're gonna have to keep a low profile or people will start to make connections So let's keep our distance for a while, huh? I'll call you Thank you, Mr. Leone Yep Have a night We have... Our friends are protected As I heard Salvatore Salvatore Hey CJ, what's up with... Are we doing this hyper, or have you gone soft on me again? Hey, check it... Them fools been shipped out of the Ventures Salvatore think I'm cool, so a song I'll meet you back at the Dragon's Okay, cool, later Come on, you need an exercise mode What's new? I have, I have the... Prank, ha, 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 prank, ha Oh, man can in the airport rein What's new? Carl, what's up, it's your brother Hey, what's up, man, you okay? Not really I'm stuck in a cell between two lunatics And people keep trying to jump me? This shit ain't cool, partner You looking after Kendall? Nah, she looking after me Right, right That's cool I'ma get you out of there, though, man No, you ain't, nigga Who do you think you are? I'm here for life I guess I've grown used to it now No, you're not, man I'm working shit out Whatever it takes That's a negative I'm through hoping Have a nice life, brother Hold on, man I'm getting shit worked out for you Just hang in there Sweet Sweet Shit Was is here? Ticketautomat Man kann nach Los Santos oder San Fierro fliegen Ah, das ist ja geil Okay, das find ich cool Trotzdem hätte aber noch ein Fahrzeug, um zum äh, Casino zu kommen You think I need evidence? He's a slime girl Und der part schon wieder Das ist ja länger als ne halbe Stunde Bis hier sehr länger als ne halbe Stunde Hab ich das Gefühl Hab ich das Gefühl Aber lang, mein Wезде Oh, ich hab das Gefühl Scheiße, das ist meins Ich bin, wenn meine Alten auf und dann noch kann doch mal Ich bin, wenn meine Alten auf und dann jetzt nicht mehr Ich glaub, es ist jetzt ein Mist so egal um was haben wir 16 zweiter ich sagen bis zum nächsten Mal mehr dass man schön sind